Die Kirche Die Kirche Wissenswertes über Erlangen Wissenswertes, wissenswertes über Erlangen Hier links ist eine Kirche Sie wurde erbaut in der Vergangenheit Von einem Baumeister aus dem Sauerland Insbesondere sonntags wird sie von gläubigen Erlangen gern besucht Das religiöse Leben Erlangens ist breit gefächert und sehr interessant Das ist ein netter junger Mann, was der sich alles merken kann Es gibt ja so viel Wissenswertes über Erlangen Wissenswertes, wissenswertes über Erlangen Jetzt kommen wir zum Marktplatz im Volksmund Auch das Stadtzentrum genannt Hier steht das alte Rathaus und das neue Shoppingzentrum Hier stehen Vergangenheit und Gegenwart Dichte beieinander Diese Seite Erlangen Nimmt sich imposant aus und ist sehr interessant Das ist ein netter junger Mann, was der sich alles merken kann Es gibt ja so viel Wissenswertes über Erlangen Wissenswertes, wissenswertes über Erlangen Sagen Sie mal junger Mann, ich hätte meine Fähre Sind Sie ein echter Erlanger? Oh ja, ich bin von Erlangen Was, echter Erlangen? Oh, ich bin gerne in Erlangen Ich liebe den Ohr der Erlangen Samutabit Und die Erlangen sind so gastfreundlich Und die Modernen aufgeschlossen Und bin noch traditionsbewusst Erlangen Ja, ja, es stimmt, die Erlanger sind wirklich gastfreundlich Aber hier liegen ja so viele Zigaretten eben auf der Straße Also, Marta, warum sie in Bielefeld ist, hat sie alle viel Spaß Hör mal zu, die Bielefelder sind doch so mundfaul Also, wenn ich auch mal was sagen darf Am Gastfreundlichen sind doch die E-Salon an Und auch die jungen Leute im E-Salon sind immer so geflickt Sicher Jeanshosen, das haben sie ja heute alle Da hat man ja nichts gegen Aber es war auch ein bisschen Ja, die jungen Leute in Erlangen sind doch auch sehr adrett Und größtend im Treppenhaus, wenn man so trägt Ja, so, ich hab mal ne Führung durch das Edelsteinmuseum Sie wissen ja, wie der Obersteiner hat Also, was sagt, eine ganz wunderbare Führung Also, Studenten, auch mal Studenten Lange Haare, aber eben sehr freundlich und hilfsbereit Die Edelsteiner sind ja überhaupt sehr hilfsbereit Und ihr mögen es auch nur Glück gehabt Ich hab ja auch meine Führerinnen gehabt Im Ameladenmuseum Bei Spartao Ach, die zockten den Hartingen Denken so ins Gesicht und auch ihren Mund Wenn sie sprach, widerlich Ja, ja, die Norden sind sowieso ein ganz alter Mensch So Wohrlos, ja, so Wohrlos Schrecklich, ausgefroben, ja Ist ja ein Mund aufkriegen Ja, das kann man in Erlangen nicht sagen Gott sei Dank Wir haben ja so ne ganz besondere Herzlichkeit Und wenn man mal in ein Gasthaus geht Da ist auch ein ganz besonderes Flair Das gibt es eben nur in Erlangen Also ich komm aus Wolfsburg Bei uns ist es doch auch sehr schön Die Stadt hat auch so ein eigenes Flair Und man kann das gar nicht richtig beschreiben Also haben sie denn vor Ich hab ja auch so ne nette Pohlwort Wo Mama einen Kaffee trinkt Ich hab ja auch so ne Ich hab ja auch so ne